Es gibt ja nur drei Gründe, warum Leute überhaupt Social Media irgendwie so suchten teilweise. Das ist Liebe und Partnerschaft, das ist Informationssucht und das ist Kommunikation, meines Erachtens. Und dieses voyeuristisch-persönliche Liebe, Partnerschaft, Kinder, heile Welt Ding gehört für mich auch so ein bisschen disrupted da mal. Und ich glaube schon, dass die Leute da in der Verantwortung sind, auch zu zeigen, keine Ahnung, ich will auch mal Scheidungen sehen auf Insta, weißt du? Aber warum? Keine Ahnung, weil das ist nicht, also Social Media ist für Menschen gemacht und die Menschen sollen auch Menschen sein im Internet und nicht nur so Marionetten, die perfekte Leben haben.